Hallöchen und Herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge LS19 auf der Felsbrunnen auf dem Kanal. Wie ihr seht sind wir immer noch am Dreschen vom Feld Nummer 2. Wir wollen ja gleich noch, wir dreschen das aber eben fertig und dann fahren wir die Sojabohnen verkaufen und dann als nächstes sofort den Raps, damit wir auf den grünen Zweig kommen eventuell. Und dann wollen wir die Felder auch schnellstmöglich wieder bearbeiten und mit dem Drescher vielleicht noch ein paar Missionen machen oder Dünge-Missionen, weil ich will jetzt so schnell wie möglich, es geht vorangehen, weil als nächstes wäre jetzt glaube ich auch mal wichtig ein eigener Drescher nicht, aber ein eigenes Silo, dass man da mal zwischenlagern könnte. Ah, so drei, vier Bahnen noch. Dann sind wir hier auch fertig. Dann verkaufen wir aber erst die Sojabohnen, bevor wir uns einen Flug besorgen. Ah... Ah... ... Naja, bestimmt genauso viele ertragen wie bei der Sojabohne. Also denke ich mal, dass die Felder fast gleich groß sind. Aber das kann auch täuschen, weil das am Berge liegt. Müsste ich jetzt nachgucken. Oh, der fehlt. Na Quatsch. Doch. Hat mir das nicht angezeigt? Ne, da steht nur der Wert. Okay. Das war nur der Wert, war nicht die Hektarzahl, die stand nicht bei. Schade. Schade, 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 schade. Ich glaube, wir haben ungefähr die gleiche Literzahl nachher am Ende, wie bei den Sojabohnen. Betten möchte ich jetzt nicht. Ja, zu weit. Verdammt. Ach. Ah, kriegen wir das von der Breite? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht, dass das passt. Okay, da bleibt rechts oder links was stehen, an beiden Seiten, dann lach ich mich kaputt. Dann sag ich doch. Ich hab's doch geahnt. Aber dann sind wir damit auch fertig. So, unser Hof, unsere Regeln. Den stelle ich jetzt erstmal hier hin. So, jetzt verkaufen wir die Sojabohnen, und zwar 8,947 Getreidemühle. Reune, Warnhausmühle, Spinnerei, Getreidespeicher, ach da. Getreidemühle, okay, dann fangen wir dahin. 6451, ich bin mal gespannt, was wir gleich daraus haben. Da drüben war es irgendwo. So weit weg ist es, glaube ich, gar nicht. Das ist nur zum Vorteil für uns, und so schneller sind wir zurück. Ich hoffe, da kam keiner. Hier muss ich doch rein, oder? Hier ist der Tanker. Ein Stück weiter vor, guckt noch. Okay, dann ist es da. Dann ist das halt eben hier. Wie viel waren es denn? 6.000 für ein Feld. Viel ist es nicht, liebe Leute, viel ist es nicht. Da müssen wir echt gucken, wie wir auf den grünen 2 kommen. Mit 45.000 kommen wir nicht weit. Das ist nichts. Da sind Tropfen auf den heißen Stein. Das ist nichts. Da sind Tropfen auf den heißen Stein. Aber bei Forst kommt auch nicht viel rum im Moment, wenn wir das so machen. Da bräuchten wir die vernünftigen Sachen für. Da bräuchten wir den Harvest dafür, das wäre am einfachsten. Aber zu mieten haben wir nicht genug Geld. Also werden wir noch ein paar Missionen, glaube ich, machen müssen zwischendurch. Oh, da ist schon wieder das Unkraut drauf. Oh, 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 das war knapp. Oh, es geht. Oh, es geht. Es geht. So, wo bringen wir denn den Raps hin? Den Raps. Also Raps oder? Ach du Scheiße. Dann fahren wir mal Hafen Nord. Und das ist ja 50 fett, der Fendt. wieder auf die eigene Spur. Oh je, der zieht sich. Und das ist ja 50 fett. Ich wollte noch da sein, bevor die Folge zu Ende ist. Wo ist denn die Antwort? Habe ich die verpasst? Da oben ist das. Und nicht mal hier direkt. Da ist es. Aber ich denke mal, ich muss hier rein. Sonst wird es nichts werden. Nein. Das war's. ja die bringen nicht ganz so viel wie soja wohnen da ist doch so ziemlich die gleiche menge aber bringt weniger und scheiß was machen wir dagegen nix nur nur soja wohnen anpflanzen nein quatsch wir sind am ende der folge angekommen liebe leute wir sind fertig für heute ich bedanke mich fürs zuschauen wenn ihr wieder dabei sein wollt denkt ans nächste mal glocke aktivieren ich bin raus euer jens